ja damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge Star Wars Jedi Knight Jedi Academy ich habe in der ich habe in der letzten folge ein besseres Lichtshot bekommen das heißt wie besser ein weiteres und ich habe eine stärkere Machtfähigkeit ich kann viel höher springen ich habe neue Moves drauf mit dem Lichtschwert hier was ich sehr cool finde ja genau solche hier ja sehr cool und ja wir sind hier in dieser Grabkammer in der Jedi welche Jedi das sein soll weiß ich nicht dass so eine krasse Grabkammer bekommt äh ich schaue mal kurz hier genau ah ok die habe ich auch so schon gesehen ok naja das ist äh ja das ist glaube ich Schub ne nein das ist Zieren das ist Schieben Schubst du ich spüre dich ich verselge dich überhaupt und ich sehe euch ja also Action wie kann ich nochmal werfen ah ja rechts krieg schon wow wow oook das ist noch ein bisschen krass als Ja wartet! Verdammt! Ja wow, toll, danke! Wow! Wow, dabei habe ich gerade erst geladen! Gut, ich muss noch damit, glaube ich, um lernen, ein bisschen besser umzugehen. Dann mache ich mal das und das. LOL! Jawoll! Ja komm, mach die moves, ey! Äh, 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 hier, schub, ne? Dank! Was war das denn? Loil, ich kann treten?! Hilfe! Oh, Zug! Nein! Oh mein Gott! Warum wärst du nicht ab? Oh Mann! Oh nein, das wollte ich nicht! Du bist am Laden! Ui! Ja, toll, so viel Action! Ah! Na gut! Ich versuche es mal nochmal! Ich spüre ich hilf mich! Yeah! Wie gut bist du denn wirken?! 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 Hey! Nein! Gibt's doch nicht! Wie gut bist du denn? Ach, die moves, Mann! Wie gut bist du denn? Wo? Wie gut bist du denn? Ja! Na gut! Jawoll! Jetzt! Beim dritten Mal klappt das immer! Auch wenn das so ein stereotype ist... Sprichwort ist! ja das war der erste kampf der folge doppel ich schütte es cool jetzt kommt zum ersten mal glaube ich so richtig wieder mal außerhalb des trainings die da dieses macht gespür zum einsatz sehr gut schön kristalli gespürt jetzt gehen die kaputt ich muss hier machen wir stehen glaube ich okay das ist ein inter der spinnweben ja ich hätte speichern sollen du stark oder aber wir okay ich dachte schon ich bin tot okay speichern nicht vergessen da komme ich mich mal das da und speichern jawohl endlich wird aus ich halt kontrollpunkt ich bin geheilt mich voll ja ich bin voll mir geht's gut wie gut bist du denn wie gut bist du denn wirklich gut den moment hätte ich dann wohl erfolgreich verpasst wie gut bist du denn wirklich ey au alter da hat sich auf mich drauf gesetzt ein haast auch wieder verkraft doppelig schlosser sind das war gerade ich habe okay weiter geht's so ich versuche mal die folgen auch zehn minuten zu halten oder 15 wenn es geht und ich versuche einfach mal so viel es geht zu schaffen ja ich bin hier tomb raider genau muss ich da runter hin ja ich glaube ich muss da runter wenn ich mich nicht irre kann ich eigentlich alle haupt war das eine gute idee nein nein war überhaupt nicht heilung hier sollte ich keine fetten moves machen ja sehr gut sehr gut dada 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 copyrighted wie immer ich sollte hier auch mal wieder speichern mhm böschen speichern richtig also so ich denn darüber kommen springen ah ich verstehe du kannst ja nicht rüber kommen okay dann versuche ich auch nicht ja erst recht okay ich muss da runter und 11 minuten ach komm ja er ist nicht gesprungen oha ach ich hört aus okay das geht hier vor ich habe keine ahnung das geht hier vor na 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 tu ja lumink und danke Nein, springen, springen, drücken! Dann bin ich z... Wow, 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 wow! Ich weiß nicht, wie er fällt! Oh, schade! Okay, das war voll cool gerade. So. Ich loschiere mal was. Dann speichere ich da was. Ich würde sagen, das war gerade eine actionreiche Folge. Zwölf Minuten, ja. Damit es nicht zu lange dauert, werde ich einfach mal den Schluss machen. Ich versuche nächstes mal noch weiter zu kommen, auch wenn ich nicht deutlich weit scheinbar gekommen bin. Ja, echt krasses, echt krasses Grab. Also auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und möge die geile Macht mit euch sein. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau.